Wonach sieht es für euch aus? Also für mich sieht es aus, wie was richtig cool ist, was ich jetzt nicht aussprechen möchte. Ich werde jetzt mal die Kamera aufsetzen und das live für euch ausgraben. Ich werde es jetzt mal seitlich noch ein bisschen angraben und wenn es sich bestätigt, toll ich die anderen. Ja, das ist wieder ein Wehrmachtshelm. Das sind Wehrmachtshelm. Ja, macht's heim. Das sieht aber noch gut aus. Was ist drin? Also da wurde auf jeden Fall drin was verbrannt, guck mal. Ja, seine. Der ist drin verbrannt. Was ist denn hier drin? Ja, irgendwas steht hier drauf. Irgendwann, Daniel. Irgendwann steht hier drauf. Musst du es auch. Ja? Ja. Ja. Ist der schwer. Ja. 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 An den gebürtelten Rand. Hier ist einfach nur ein großer Rostklumpen dran. Der ist gar nicht jetzt kaputt. Nee, nee. Der ist noch gut. An dem Abstand, der 42er oder der 40er, da ist der kürzer, da ist der kleiner. Das ist der ältere noch. Oder ist der noch gut? Nee. Nee? Also hier drin sind große Signale, alle voll. Willst du schon mal graben? Ich mach mal ein paar Fotos. Das ist das erste Mal, dass ich erlebe, dass ich einen Helm finde, außer, also als ich, ey, geil, wo hast du denn gefunden? Da, in dem Lach. Cool, da muss ich auch einen Film von drehen, ja? Schöner Fund, richtig geiler Fund. Schau, hast du schon einen, ja, du hast schon einen kompletten Helm, ne? Gut, meiner ist ja... Aber Sonic, bei dem muss...